Na scheiß drauf Schaut mal Jungs, das Ding läuft noch Das ist meine Batterie Das verdammte Arschloch Steig aus Steig aus Die Batterie ist leer, aber die Zellen sind noch okay Das heißt Das heißt, wir schieben, wir starten und die Lichtmaschine lädt die Batterie Und das soll gehen? Hey, du wolltest einen Plan B Mehr ist eben nicht drin Was meinst du? Ich meine, du fährst und wir schieben Himmel Das gehört auf mir Gute Idee Ich lasse es dich wissen Das ist die Das war's für heute. All right. Kommst du damit klar? Ja, kein Problem. Du schlägst dich ganz gut. Das solltest du wissen. Ich werde dich nicht enttäuschen. Okay. Okay, Bill, dann los. Okay, leg den ersten Gang ein. Ist schon passiert. Lass den Fuß auf der Kupplung. Und wenn wir dann rollen... Ich weiß, ich lass sie kommen. Woher bist du? Weißt du was? Mir egal. Versau es nur nicht. Okay, Ellie, halt dich bereit. Jetzt, jetzt, gib Gas. Gib Gas. Hey, ganz toll. Leute, die andere Seite links. Hilf, lass gut sein. Ellie, wir versuchen es nochmal. Konzentrier dich. Das war's. Zurück zum Truck. Wir sind zu langsam. Schieb weiter. Schieb weiter. Schieb weiter. Schieb weiter. Hast mir den Tag versaut. Das weißt du, Joel. Schieb weiter. G Lead da. Jetzt mal weiter. Sie muss auf den Hügel. Okay, Ellie, halt dich bereit. Okay, Ellie, jetzt starten. Wie hört sich das an, Bill? Ja, und die Infizierten hören das auch. Wir müssen in den Truck. Schuhe, lass es. Wir müssen nicht weg. Los, raus. Gib Gas. Okay, das reicht. Stopp! Lass einfach laufen, okay? Die Kleine hat uns fast umgebracht. Du musst zugeben, sie hat sich nicht schlecht geschlagen. Ihr habt keine Chance. Oh, oh. Hier. Was ist das? Kein zu glauben, wie viele Autos noch Benzin im Tank haben. Danke. Und Bill, wegen deinem Kumpel vorhin. Das ist echt hart. Und dich, ja. Sind wir quäht? Sind wir. Dann verschwindet endlich aus meiner Stadt. Oh, mein Gott. Mann. Hey, du solltest doch schlafen. Okay. Ich weiß, es sieht nicht so aus. Aber das hier ist gar nicht so schlecht. Es gibt nur ein Problem. Und zwar hier. Fortsetzung folgt. Hast du sowas? Wo hast du das denn her? Ähm, das ist von Bill? Das Zeug lag da einfach so rum. Was hast du noch? Tja, ähm. Hier. Na, weg, das Erinnerung? Weißt du? Also, das war eine Weile vor meiner Zeit. Aber die ist gut. Na, besser als nichts. Oh. Das hier wird dein Freund heute Nacht sicher vermissen. Nicht viel zu lesen, aber ein paar interessante Fotos. Nein, Ali, das ist nichts für dich. Wow. Wie, wie kann der denn überhaupt noch laufen mit dem Ding? Los, tu das weg jetzt. Jetzt mal langsam. Ich will sehen, was so toll daran ist. Oh. Warum klämen die zusammen? Ähm. Ich verarsch dich nur. Und tschüss, Mann! Weißt du was? Das hier ist gar nicht so schlecht. Mama, schläft zum Chimpis, okay? Bin nicht mal müde. Oh nein, 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 nein. Na, klasse. Und jetzt? Scheiß drauf. Vorsicht! Oh Mann! Sollen wir ihm helfen? Schnall dich an, Ali! Und was ist mit ihm? Oh, dem fällt gar nichts. Oh, Lord, if you hear me, I can't open the door. Okay! Okay! Mir geht's gut. Mir geht's gut. Komm raus! Schnell! Komm her! Lass mich los, du blöder Sack! Schau! Geh weg von mir! Scheiß dir! Geh, geh weg von mir! Scheiß dir! Verdammt noch mal! Was ist bloß los mit denen? Atme durch! Los gehen wir! Okay. Achtung! Nicht! Bleib unten! Bleib da! Oh mein Mann! No si tu! Ah! �! Oh shit! Auf dem Bus! Wir schauen drinnen nach. Du, ich bin nicht auf der Strasse. Oh, Mist! Oh, Scheiße! Gleich hier! Achtung! Verdammt! Okay. Ich glaube, das war der Letzte. Alles okay? Ja, ich glaube schon. Gut. Sehen wir zu, dass wir wegkommen. Du weißt, wie es läuft. Zeh dich um und such nach was Nützlichem. Zubefehl. ... ... Vielen Dank.